Hi Leute Kai hier von binärerstrategie.de Ich zeige euch heute mal wieder wie ihr Geld verdienen könnt mit binärer Optionen und der Hügel Technik mit dem getesteten Broker mein Lieblingsbroker Option Yard. Könnt ihr euch hier anmelden wenn ihr hier drauf drückt kommt ihr drauf. Dann geht ihr wenn ihr angemeldet seid auf Trade Turbo eine Minute da euren Geldbetrag ich sehe zum Beispiel jetzt hier kann ich schon wieder Geld verdienen das Hütchen kommt runter ich nehme jetzt die Hütchenbildung nach unten mit habt ihr das gesehen da zum Beispiel ihr seht das Hütchen ist nach unten gegangen also ich bin hier eingestiegen nach unten ganz simpel habe abgewartet bis das Hütchen die erste Hälfte gebildet hat und dann schwupps nach unten geht dann habe ich meine 500 eingesetzt auf 60 Sekunden dreimal sind 880 pro Trade zurück also kriege ich 380 pro Trade Gewinn ganz simpel mit dem Hütchen ihr seht also simple Sache jetzt auf 60 Sekunden 3x380 pro Trade Gewinn verdient auf 60 Sekunden das ist doch was Jungs oder und das ganz einfach mit die Hütchen ihr geht nur auf Turbo eine Minute sucht euch eure Währungspaar aus und dann geht es schon ab dann schaut ihr wo Hütchen stecken wartet bis die erste Hälfte gemacht ist vom Hütchen und wenn es wieder nach unten geht steigt ihr ein geht auf nach unten euren Betrag könnt ihr da auswählen ja und steigt ein ihr müsst bloß aufpassen dass sich Hütchen bilden jawohl und ich steige jetzt wieder ein nach unten 3 habe ich schon gewonnen gehabt da jetzt bildet sich das Hütchen wieder nach unten aus ich habe gewartet bis nach oben geht und gewinnen meine fünf trades das macht jetzt nichts dass jetzt ein Stückchen hochgerutscht ist weil es ganz genau so schnell wieder unten ist 3 habe ich schon ein Quant gehabt also ihr wartet echt nur bis das Hütchen sich gebildet hat zur Hälfte und dann geht ihr rein weil es wieder runter kracht so simpel sind binäre Optionen so simpel könnt ihr Geld damit verdienen die warten wir jetzt noch ab 14 Sekunden hat er noch um runter zu fallen dass sie die ersten zwei auch gewinnen sieben Sekunden noch ja wohl erster drin also vierter drin fünfter drin sechster drin und achter drin so simpel ist die sache jungs acht stück drin einfach nur mit den Hütchen ganz einfache sachen mit binären Optionen kohle zu verdienen mit meiner hütchen strategie das waren jetzt acht stück rechnen noch mal in zwei minuten acht stück drin wartet acht stück acht mal 380 ist 3040 euro in zwei minuten ihr seht da geht das Hügelchen wieder hoch dann wieder runter ganz einfach zu traden merkt euch die zahl 3040 euro in zwei minuten jungs ihr seht das ist eine korrekte linie hier also gerade linie ziemlich gerade und da das ist das beste ist wenn die Hütchen sich hoch und runter bilden hoch und runter bilden einfach genial okay das war die abendsession da wieder nach unten ihr habt es gesehen also ihr könnt kohle scheffeln ohne ende ich setze euch den link von option yard unten rein ins video in die beschreibung meldet euch an und make money baby